Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Babyschalen. Der Qualitätssieger in unserem Babyschale-Test geht an den Maxi Cosi Pebble. Die Maxi Cosi Pebble Plus ist eine Babyschale, geeignet ab der Geburt bis etwa ein Jahr. Die Babyschale ist kompatibel mit der Maxi Cosi Family Fix 3 oder der Family Fix 2 Kindersitzbasis, die eine ISOFIX-Installation ermöglicht. Pebble Plus ist iSize R 129 konform und bietet verbesserte Sicherheit durch optimalen Seitenauftrallschutz. Neben maximaler Sicherheit verfügt diese Babyschale über eine bequeme Babyeinlage, die für eine bessere Passform und Liegeposition für Neugeborene sorgt. Der innovative Easy-in-Gurt bleibt geöffnet, so dass Sie Ihr Kind ganz einfach in den Kindersitz setzen können. Der Gurt ist einfach höhenverstellbar, so dass er sich anpassen lässt, wenn Ihr Kleines wieder ein Stück größer geworden ist. Kombinieren Sie diese Maxi Cosi Babyschale mit Ihrem Maxi Cosi oder Quinny Kinderwagen. Verwenden Sie einfach die mit dem Kinderwagen mitgelieferten Adapter, um sie sicher am Kinderwagenrahmen anzubringen. Befestigen Sie sie auf Ihrem Kinderwagen und erhalten Sie ein komplettes Reisesystem. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Hauptbabyschale Comfort Fix. Das Comfort Fix Set besteht aus der Babyschale Comfort Fix und der passenden Isofix Base. Der Comfort Fix ist gemäß Azure 4404 für Babys ab der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 13 Kilogramm zugelassen. Er verfügt über einen sicheren Dreipunktgurt, energieabsorbierenden Schaumstoff im Kopf- und Schulterbereich, hochwertige, atmungsaktive Stretch-Materialien, sowie über einen Kopfschutz und einen Sitzkeil, die beliebig verwendet werden können. Im PKW kannst du den Comfort Fix entweder mit dem Dreipunktgurt oder mit der Comfort Fix Isofix Base befestigen. Die Isofix Base lässt sich in den meisten Fahrzeugen verwenden, die über eine Isofix Anbindung verfügen. Sie wird kinderleicht und mit wenigen Handgriffen im Fahrzeug montiert. Einfach die Isofix Konnektoren um 180 Grad herausdrehen, einrasten, fertig. Der Standfuß wird über einen Einhandmechanismus entriegelt und rastet nach Auflage auf dem Fahrzeugboden automatisch ein. Somit ist die Gefahr eines Fehlgebrauchs nahezu ausgeschlossen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Babyschale-Test ist der Cybex Gold. Stabile und hochwertige Babyschale mit geringem Eigengewicht. Für Kinder ab Geburt bis ca. 18 Monate, geeignet für Autos mit und ohne Isofix. Maximale Sicherheit Energieabsorbierende Schale, integrierter Seitenaufprallschutz, herausnehmbare Neugeborenen-Einlage. Flacher Liegewinkel dank Neugeborenen-Einlage, achtfach höhenverstellbare Kopfstütze, extra breite und weich gepolsterte Y-Gurte. Integriertes XXL Sonnendach mit UV-Schutz, Reisesystemkompatibilität mit ausgewählten Buggys und Kinderwagen. Rückwärtsgerichtete Befestigung mit Fahrzeugsicherheitsgurt oder mit separat erhältlicher Basis, Bezug Waschmaschinen geeignet 30 Grad. Optional erhältliches Zubehör Sommerbezug, Regenverdeck, Fußsack sowie Insektennetz. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.